Eine kleine Blase mit einer großen Aufgabe. Ein bisschen Luft, die alles gerade macht. Ohne diese unscheinbare Luftblase könnten alle Wasserwagen dieser Welt nicht funktionieren. Wir könnten nichts ins Lot bringen. Das Maß aller Dinge, wenn's nicht schief gehen soll. Galileo und die Wasserwaage. Heute 19.05 Uhr. ProSieben. Untertitelung des ZDF, 2020